Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Mein Thema heute ist die aktuellste Entwicklung auf europäischer Ebene zu virtuellen Währungen. Zu Japan hätte ich eigentlich nicht vorgehabt, etwas zu erzählen, kann ich aber ganz kurz anreißen, weil ich es in meinem letzten Vortrag auch erwähnt habe. In Japan wurde im April ein Gesetz erlassen, beziehungsweise ist sogar im April in Kraft getreten, wo virtuelle Währungen legalisiert wurden. Und im Zusammenhang mit diesem Gesetz sind den betroffenen Unternehmen, die mit virtuellen Währungen zu tun haben, auch diverse Verpflichtungen auferlegt worden. Was dazu geführt hat, dass Kritiker befürchtet haben, dass sich das negativ auswirken wird auf den virtuellen Währungsmarkt in Japan. Das ist aber derzeit noch nicht auszumachen, ganz im Gegenteil. Das Geschäft in Japan mit virtuellen Währungen dürfte boomen, wenn man den Berichten glaubt. Wir haben es heute schon gehört, Professor Pisker hat es schon angesprochen. Derzeit gibt es auf europäischer Ebene keine generellen Rechtsvorschriften zu virtuellen Währungen. Was es aber schon gibt, ist ein ganz konkretes legislatives Vorhaben der Europäischen Union zu virtuellen Währungen. Gemeint ist damit der Vorschlag für die fünfte Geldwäscherichtlinie. Den hat die Europäische Kommission letztes Jahr, also im Sommer 2016, herausgegeben. Und dieser Richtlinienvorschlag sieht vor, dass die sogenannten Gatekeeper, also die Einrichtungen, die der Öffentlichkeit Zugang zu den Systemen virtueller Währungen verschaffen, dass die in den verpflichteten Kreis der Geldwäscherichtlinie aufgenommen werden. Dieser Richtlinienvorschlag nennt ganz konkret zwei Gatekeeper, und zwar einerseits Dienstleister, die virtuelle Währungen in echte Währungen tauschen und umgekehrt, und andererseits Dienstleister, die elektronische Geldbörsen für virtuelle Währungen anbieten. Konsequenz, wenn man als Verpflichteter im Sinne der Geldwäscherichtlinie ist, ist einerseits, oder sind mehrere Voraussetzungen, ich möchte nur zwei herausgreifen, eine Voraussetzung ist eben, dass man zugelassen oder eingetragen ist. Und dieses Kriterium verursacht derzeit noch sehr viel Unklarheit. Vor allem die Formulierung zugelassen oder eingetragen, führt zu Unklarheiten. Nach dem jetzigen Wortlaut könnten sich die Mitgliedstaaten aussuchen, ob sie ein Zulassungsverfahren oder ein unter Anführungsstrichen einfaches Eintragungsverfahren vorsehen. Was dann natürlich auch zu führen kann, dass die Unternehmen sich den jeweiligen Mitgliedstaat, der das jeweils einfachere Verfahren ausgewählt hat, aussuchen und sich dort niederlassen. Also hier ist zu hoffen, dass in diesem Vorschlag noch nachgebessert wird. Weitere Konsequenz, dass man als Verpflichteter im Sinne der Geldwäscherichtlinie gilt, ist auch, dass man diverse Sorgfaltspflichten zu erfüllen hat. Das heißt, man muss bei gewissen Transaktionen die Identitäten seiner Kunden feststellen, diese Identitäten auch überprüfen. Man muss Geschäftsbeziehungen überwachen und Verdachtswelle melden. Diesen Richtlinienvorschlag gibt es, wie gesagt, seit dem Sommer letzten Jahres. Es haben jetzt diverse verschiedene europäische Einrichtungen Stellungnahmen abgegeben zu diesem Vorschlag. Interessant ist vor allem die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank begrüßt, dass virtuelle Währungen einer Regulierung unterworfen werden sollen. Aber die Europäische Zentralbank spricht sich auch ganz klar dafür aus, dass die europäischen Institutionen ja nicht den Eindruck erwecken sollten, als ob sie virtuelle Währungen oder die Nutzung von virtuellen Währungen fördern wollen würden. Hier sieht man also, dass die Europäische Zentralbank, wie nicht anders zu erwarten war, virtuellen Währungen eher skeptisch gegenübersteht. Auch der Europäische Datenschutzbeauftragte hat eine Stellungnahme abgegeben zu dem Richtlinienvorschlag. Er sieht in den vorgesehenen Maßnahmen einen Eingriff in die Grundrechte auf Privatsphäre und Datenschutz und der hätte sich gewünscht, dass hier eine eingehendere Prüfung der Verhältnismäßigkeit der vorgesehenen Maßnahmen stattgefunden hätte. Also auch der ist nicht ganz zufrieden mit dem Vorschlag. Derzeit befindet sich der Richtlinienvorschlag im Europäischen Parlament, wie wir schon gehört haben. Dort wurde er von den zuständigen Ausschüssen untersucht. Der Rechtsausschuss, von dem wir heute auch schon gehört haben, hat eine Stellungnahme abgegeben, worin er unter anderem die Definition präzisiert hat, worin er aber auch fordert, dass der Kreis der Verpflichteten nicht nur auf die zwei eingangs erwähnten Einrichtungen erweitert werden soll, sondern dass dieser Kreis noch viel mehr erweitert werden soll. Und zwar sollen auch eingeschlossen sein Emittenten, Verwalter, Vermittler und Vertriebsstellen von virtuellen Währungen. Und diese massive Erweiterung des verpflichteten Kreises wirft mehrere Fragen auf. Einerseits muss natürlich die Verhältnismäßigkeit der Regelungen beachtet werden, die, wenn der verpflichtete Kreis sich dermaßen erweitert, kritischer untersucht werden müsste. Und andererseits liefert der Rechtsausschuss auch keine Definitionen für diese genannten Begriffe. Er erklärt nicht, was ist ein Emittent, was ist eine Vertriebsstelle von virtuellen Währungen. Das heißt, wenn das wirklich in die Richtlinie so kommen sollte, ist noch sehr unklar, welche Unternehmen tatsächlich betroffen sind. Vor allem der Begriff Emittent im Zusammenhang mit virtuellen Währungen wirkt sehr irreführend, weil virtuelle Währungen ja gerade nicht von einer zentralen Stelle ausgegeben werden. Also auch hier bleibt wirklich mit Spannung zu erwarten, was das Europäische Parlament tun wird. Die Abstimmung im Europäischen Parlament im Plenum, die ist mit Ende Oktober 2017 angesetzt. Also bis dahin muss man auf alle Fälle noch warten. Was tut sich sonst noch auf europäischer Ebene? Es gibt sonst keine aktiven oder konkreten Gesetzesvorhaben oder legislativen Vorhaben. Was man aber schon bemerkt, ist, dass sich die Europäische Union mit dem Thema Blockchain und virtuelle Währungen beschäftigt. Es werden permanent Analysen in Auftrag gegeben, Untersuchungen in Auftrag gegeben. Auch das Europäische Parlament hat letztes Jahr einen Bericht veröffentlicht zu virtuellen Währungen, wo es eben sagt, dass virtuelle Währungen einen verhältnismäßigen regulatorischen Ansatz auf EU-Ebene brauchen, um eben Innovationen nicht im Keim zu ersticken und keine unnötigen Kosten zu verursachen. Das klingt also nach einem eigentlich ganz vernünftigen Ansatz des Europäischen Parlaments. Was auch in den letzten Wochen herausgekommen ist, ist eine Analyse des EPRS, des European Parliamentary Research Service. Das ist eine Art In-House-Forschungsabteilung der Europäischen Union. Die hat sich auch beschäftigt mit dem Thema virtuellen Währungen und hat antizipatorische Politik auf dem Gebiet evaluiert. Zuletzt möchte ich noch das Projekt Titanium erwähnen, von dem wir heute auch schon gehört haben. Dabei handelt es sich eben um ein Konsortium von verschiedensten Einrichtungen aus verschiedenen Mitgliedstaaten, die untersuchen sollen, ob es möglich ist, die illegale Nutzung von virtuellen Währungen hintanzuhalten, ohne aber gleichzeitig in die Rechte der einigen Nutzer einzugreifen, die virtuelle Währungen auf einem legalen Weg nützen wollen. Was bleibt also zusammenfassend festzuhalten? Die Europäische Union beschäftigt sich mit dem Thema Blockchain, beschäftigt sich mit dem Thema virtuelle Währungen. Sie verschließt ihre Augen nicht vor diesem Thema. Weil aber die einzelnen Institutionen in der Europäischen Union anscheinend sehr unterschiedliche Ansichten zu dem Thema haben, ist noch keine klare Linie, ist noch keine klare Strategie auszumachen. Fest steht, dass mit diesem Vorschlag für die 5. Geldwäscherichtlinie ein erster Schritt in Richtung Regulierung gesetzt wurde. Aber ob noch weitere Regulierungen folgen werden, das wird erst die Zeit zeigen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.